Fußball-Croatia ab 11. März 2011 Selmkenzi Seltsam Kenzi Otte de Seltsam Kenzi Kroatia 1 HNL Die Prognose für den kommenden Spieltag, Selmkenzi Register-Tretmark-Silva für Register-Tretmark-Betting-Trader-Register-Tretmark-Seltsam Kenzi Register-Tretmark-Erster-Zibania-Wingfzi 1-Sieg als Endresultat. Und als Halbzeitresultat 0 Strich unentschieden 2. Heiduck-Split 1 Strich Sieg als Endresultat und als Halbzeitresultat 1 Strich Sieg 3. NK-Karlowag 2 Strich Niederlage als Endresultat und als Halbzeitresultat 0 Strich unentschieden 4. NK-O-Sieg. 0 Strich unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0 Strich unentschieden 5. Istra 1961 Pula 2 Strich Niederlage als Endresultat und als Halbzeitresultat 2 Strich Niederlage 6. NK-Rieka 2 Strich Niederlage als Endresultat. Und als Halbzeitresultat 0 Strich unentschieden 7. NK-Siebenik 0 Strich unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0 Strich unentschieden 8. Slaven-Belupo-Kuprivnika 0 Strich unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0 Strich unentschieden. 9. NK-Siebenik 0 Strich unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0 Strich unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 2 Strich Niederlage 11. NK-Zadar 2 Strich Niederlage als Endresultat. Und als Halbzeitresultat 0 Strich unentschieden 12. Dynamo Zadreb 1 Strich Sieg als Endresultat und als Halbzeitresultat 1 Strich Sieg. 13. Hwatzky Drago Foliak Zadreb 2 Strich Niederlage als Endresultat und als Halbzeitresultat 2 Strich Niederlage 14. Lokomotive Zadreb 2 Strich Niederlage als Endresultat und als Halbzeitresultat 0 Strich unentschieden. 15. NK-Zadreb 2 Strich Niederlage als Endresultat und als Halbzeitresultat 0 Strich unentschieden 16. Interzapresieg 1 Strich Sieg als Endresultat und als Halbzeitresultat 0 Strich unentschieden. Die bisherigen Matchresultate in dieser Saison Zibalia Winkfzi 1 Spieltag 1 Strich 24. Juli 2010 Endstand 3 zu 0 Halbzeitstand. 1 zu 0 Zibalia Winkfzi 2 Spieltag 2 Strich 31. Juli 2010 Endstand 0 zu 0 Halbzeitstand 0 zu 0 Zibalia Winkfzi 3 Spieltag 3 Strich 7. August 2010 Endstand 1 zu 0 Halbzeitstand 1 zu 0 Zibalia Winkfzi 4 Spieltag 4 Strich 14. August 2010 Endstand 0 zu 0 Halbzeitstand 0 zu 0 Zibalia Winkfzi 5 Spieltag 5 Strich 21. August 2010 Endstand 0 zu 0 Halbzeitstand 0 zu 1 Zibalia Winkfzi 6 Spieltag 6 Strich 28. August 2010 Endstand 0 zu 2 Halbzeitstand 0 zu 2 Zibalia Winkfzi 7 Spieltag 7 Strich 11. September 2010 Endstand 4 zu 1 Halbzeitstand 2 zu 1 Zibalia Winkfzi 8 Spieltag 8 Strich 18. September 2010 Endstand 1 zu 2 Halbzeitstand 0 zu 1 Zibalia Winkfzi 9 Spieltag 9 Strich 25. September 2010 Endstand 1 zu 0 Halbzeitstand 0 zu 0 Zibalia Winkfzi 10 Spieltag 10 Strich 2. Oktober 2010 Endstand 1 zu 1 Halbzeitstand 0 zu 0 Zibalia Winkfzi 11 Spieltag 11 Strich 16. Oktober 2010 Endstand 3 zu 0 Halbzeitstand 1 zu 0 Zibalia Winkfzi 12 Spieltag 12 Strich 23. Oktober 2010 Endstand 2 zu 1 Halbzeitstand 1 zu 0 Zibalia Winkfzi 13 Spieltag 13 Strich 30. Oktober 2010 Endstand 2 zu 0 Halbzeitstand 1 zu 0 Zibalia Winkfzi 14 Spieltag 14 Strich 6 November 2010 Endstand 1 zu 0 Zibalia Winkfzi 15 Spieltag 15 Strich 13 Strich 13 November 2010 Endstand 0 zu 1 Halbzeitstand 0 zu 0 Zibalia Winkfzi 16 Spieltag 16 Strich 20 November 2010 Endstand 0 zu 1 Halbzeitstand 0 zu 1 Zibalia Winkfzi 17 Spieltag 17 Strich 27 November 2010 Endstand 17 Strich 27 November 2010 Endstand 3 zu 1 Halbzeitstand 3 zu 1 Zibalia Winkfzi 18 Spieltag 18 Strich 4 Dezember 2010 Endstand 1 zu 2 Halbzeitstand 1 zu 1 Zibalia Winkfzi 19 Spieltag 19 Strich 25 Februar 2011 Endstand 0 zu 0 Halbzeitstand 0 zu 0 Zibalia Winkfzi 20 Spieltag 20 Strich 5 März 2011 Endstand 1 zu 2 Halbzeitstand 1 zu 1 gesamte Endstandtore 25 zu 16 gesamte Halbzeittore 12 zu 9 9 Siege Endstand 4 Unentschieden Endstand 7 Niederlagen Endstand 7 Siege Halbzeit 4 Unentschieden Halbzeit 7 Niederlagen Halbzeit Heiduk Split 1 Spieltag 1 Strich 24 Juli 2010 Endstand 6 zu 1 Halbzeitstand 5 zu 1 Heiduk Split 2 Spieltag 2 Strich 31 Juli 2010 Endstand 10 Endstand 2 zu 2 Halbzeitstand 1 zu 2 Heiduk Split 3 Spieltag 3 Strich 7 August 2010 Endstand 2 zu 0 Halbzeitstand 1 zu 0 Heiduk Split 4 Spieltag 4 Strich 14 August 2010 Endstand 5 zu 0 Halbzeitstand 4 zu 0 Heiduk Split 5 Spieltag 5 Strich 21 August 2010 Endstand 5 Strich 21 August 2010 Endstand 4 zu 1 Halbzeitstand 4 zu 1 Halbzeitstand 1 zu 1 Heiduk Split 6 Spieltag 6 Strich 28 August 2010 Endstand 1 zu 1 Halbzeitstand 1 zu 0 Heiduk Split 7 Spieltag 7 Strich 11 September 2010 Endstand 7 Strich 11 August 2010 Endstand 0 zu 1 Heiduk Split 8 Spieltag 8 Strich 18 September 2010 Endstand 1 zu 0 Halbzeitstand 0 zu 0 High-Duck-Split 9 Spieltag 9 Strich 25. September 2010 Endstand 2 zu 0 Halbzeitstand 1 zu 0 High-Duck-Split 10 Spieltag 10 Strich 2. Oktober 2010 Endstand 1 zu 1 Halbzeitstand 1 zu 0 High-Duck-Split 11 Spieltag 11 Strich 16. Oktober 2010 Endstand 1 zu 0 Halbzeitstand 1 zu 0 High-Duck-Split 12 Spieltag 12 Strich 23. Oktober 2010 Endstand 1 zu 2 Halbzeitstand 0 zu 1 High-Duck-Split 13 Spieltag 13 Strich 30. Oktober 2010 Endstand 2 zu 1 Halbzeitstand 1 zu 0 High-Duck-Split 14 Spieltag 14 Strich 6. November 2010 Endstand 4 zu 1 Halbzeitstand 0 zu 0 High-Duck-Split 15 Spieltag 15 Strich 13. November 2010 Endstand 1 zu 0 Halbzeitstand 1 zu 0 High-Duck-Split 16 Spieltag 16 Strich 20. November 2010 Endstand 0 zu 2 Halbzeitstand 0 zu 0 High-Duck-Split 17 Spieltag Zipc